Ich darf nicht einfach so Aufnahmen von dritten Personen machen, ohne deren Einverständnis, egal von wo, ob ich ihnen so Auge in Auge gegenüberstehe oder von oben aus der Luft. Das ist verboten und dabei wird es auch bleiben. Ach so, ah, na, das ist ja gut zu wissen, denn in der nächsten Christopher-Posch-Sendung werde ich mal darauf zurückkommen. Liebe Wiener, falls ihr gruselige Klopfgeräusche hört, das ist Wolfgang Amadeus Mozart, der am Sargdeckel klopft und fragt, was das für ein unsäglicher Krach da draußen ist. Äh, sagte ich gerade, die Show sei langweilig, da muss ich mich in Teilen korrigieren. Sie ist auch noch höchst peinlich. Mein Hund, ja, scheißt auf Reichsgebiet. Massengeschmack TV Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.